Es wird schon wieder heißer. Hat jemand einen Samen? Bist du einen Samen? Ja, fünf dias. Ich dachte noch jetzt einen Samen. Holst du, holst du. Holst du, holst du, holst. Oh come on, ernsthaft. Is so funny. Danke. Money, money, money. Is so funny. In the rich man's world. Ich kann mir keine Texte merken. Ich habe vorhin irgendwelche Öfen, Eisen und Kohle eingezahen. Das muss auch noch hier sein. Die haben meinen Eisen hier reingetan. Hier habe ich irgendwo auch Eisen drin gehabt. Ja unten. Kohle habe ich auch im Angebot. Mach ich hier mal mit rein. Ich wollte es gar nicht aufteilen. Alles was man nicht braucht kommt jetzt hier rein. Und wie gesagt in der linken kleinen Kiste ist die zweite. Hallo. 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 Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr was Regen ist. Ich weiß gar nicht mehr was Regen ist. So eine Dürre hier, das ist echt bäh. Bei uns hat es gestern Abend mal schön geregnet. Nee. Ich weiß gar nicht was Regen ist. Kenn ich nicht. Nee es ist echt ätzend. Also alles ist nur staubig. Oh Gott. war das ein Gang. Kann es weiter machen. Habt ihr euch getroffen? Bin in dem hergegangen. Achso. Das kann natürlich auch passieren. da findet sie durch zufall ihre mikrofontaste das ist richtig viel gold Und so mit. Oh, Krabbel ist doof. Ich finde es jetzt gruselig, dass es hier auf einmal so hell ist. Warum ist es hier hell? Hier ist kein Licht. Nada, nix. Weil nicht packt. Echt? Ja gut, ich will mich nicht beschweren. Ich war gerade eben schon echt am ausrasten, weil ich nix gesehen habe an einer anderen Ecke. Und hab schon mal in der Einstellung geguckt, ob ich wieder auf ganz dunkel war vom Licht her. Ist ja schon fast cheaty. Ich sehe ohne Fackel relativ. Ich brauche kein Licht, ich bin neben Fabi der Wer hat denn diesen ekelhaften Kabelbruch gehabt? Das war echt sorry, mein Mikrofon ist hingefallen. Hat nicht hingefallen. Oh sorry, mein Mikro ist hingefallen. Das gäbe ja ein schönes Quote. Mann, die Wand hier ist einfach nur massiv. Egal wie weit ich hier grabe. Massiv, massiv, massiv mit nix. Alter, wie viele habe ich da noch reingebaut? Sieht man eigentlich irgendwie ein bisschen was, wenn es näher kommt. Also ich habe ja schon von Minigames gesehen, wo dann so ein Schimmer kam, wenn es dann gefährlich wurde oder sowas. Also du siehst dann, dass auf einmal die Decke weggerissen wird. Schön. Ach, wir überleben doch hier. Ah, leider nicht. A city place. Mach mal helfen. Absidienhaus. Wie passt das? Toll, schon wieder Dias. Ich bin ein Zombie. Wieso hast du dir das? Lass mich auch mal abbauen. Ich will auch nicht das Schiff mit haben. Ach, komm her. Komm schon. Ich bin gleich da. Hier wieder. Tschüss. Wir brauchen Rüstung. Ach. Wer braucht Rüstung. Wir machen Diamanten Rüstung. Äh, Lapis, Latze. Die habe ich mitgebracht, für was auch immer. Ich mach mich dann auch mal ein Strip-Man. Komm zu uns, yo. Welcome. Du kannst doch bei meinem... Ich habe jetzt erstmal einen langen Gang gegraben. Ja, ich glaube, der Karte hat das. Nicht weg. Naja, dann passt es ja. Ich hör Zombies, Payne. Ich hör Zombies. Ich ja. Oh mein Gott, Payne. Er hört Zombies. Tu etwas. Ich guck mal näher. Äh, hier, vor allen Dingen auch vier Zombies. Meine Spieltag ist gar kaputt gegangen. Hast du keine Schwerter? Schwerter sind in der Kiste. Mach dir eine neue. Ich werde sterben. Gigi. Was hast du gemacht? Ich lebe. Wo ist das Loch? Ich sterbe. Wie sieht es denn aus da oben? Ich bin im Loch. Woran bist du denn gestorben? An Zombies oder was? Ja, die sind durch ein Loch gefallen. Nice, Fabi. Du hast das Wasserloch noch. Wir buddeln die ganze Zeit hier, ne? Fabi. Kommt da an, zack, stirbt erstmal. Äh, ich sehe euren Namen. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, vor dem zweiten Ding, wenn du runterkommst, ist ein Wasserfall. Und an dem Wasserfall sollte eine Art Durchgang sein mit einer Fackel drin. Tatsächlich habe ich diesen Durchgang gefunden. Ja, siehst du mal. Ria markiert. Hallo. Ich hole kurz meine Sachen. Markiert ihr Revier. Ja. Unser Revier. Wow. Das erste, was ich in meinem Strip-Mining-Gang finde. In deinem Gang, in deinem Gang ist ja wenigstens irgendwas. Fabi, jetzt gibt's hier gleich Action. Habt ihr die Ressourcen runtergedreht oder was? Ja, hier Fabi. Ja, übertreib kann man. Helden sie mir bitte. Ja, danke, jetzt stepp ich. Was macht denn da? Wie viele Monster hat der euch da hingeholt, ey? Ich glaub, da ist ein Spawner. Ich baue ihn doch ein und grab dich außen rum. Das Sklitz-Spawner wäre geil, weil dann könnten wir viele Knochen kriegen. Versuch die Zombies in irgendeiner Weise mal zuzubauen. Oh, Kohle, wow. Hat dir jemand was zu futtern? Ich nicht. Du wärst oben? Ich glaub, wir sollten mit unserem Essen echt ultra sparsam sein. Wir haben viel, viel weniger als letztes Mal. Wir müssen auch noch meinen Felder gucken, ob man da wieder... Ich hab die jetzt gefunden. Ob man da mal weiter... Ich guck grad mal. Gut, dass in meinem Gang jetzt auch schon Zombies sind. Gut, dass ich da mal in einem Workbench mit dem Gang reingestellt habe. Da kommt keiner Zombie zu mir. Nee, in der Farm ist noch nix. Nicht so schön. Hier ist auf jeden Fall ein Skelett. Was für ein Spawner ist da? Ein Skelett nur. Nur ein Skelett, das ist doch kein Spawner. Hier ist aber ein Zombie-Spawner. Ja, aber ein Zombie-Spawner ist doof. Ich will schon Zombies. Ein Skelett-Spawner wäre geil gewesen. Obsidian wäre langfristig auch gut. Ich stehe mal eben sieben Zombies vor meiner Tür hier. Also wir haben schon mal einen Notch-Apple, ne? Und Körbis-Kerne. Ja. Wer hat Körbis gerne? Cheerio! Und Musik zum Hören. Können wir uns ne Körbis-Torte machen? Ne, einfach nur Enchanted. Moment, wo ist der Unterschied? Enchanted-Apple und Golden. Ich hab auch wieder Dias. Das ist glaub ich ein Notch-Apple. Enchanted ist der Notch-Apple. Das ist die Zombies da jetzt einfach leben, oder was? Nee, ich brauchte nur ein Schwert. Ich hab ohne Schwert gekämpft. Meini, was macht ihr denn hier? Klingt das nur für mich so, oder kommt das Zeug näher? Wer hat doch gesagt, das wird näher kommen. Hörte sie, Karsten. Was ist nur mit Karsten los? Hey Fabi, ich glaub da hinten ist dein Stuff. Oh, beeil dich! Sonst sammeln wir's auf! Beeil dich! Wo ist denn jetzt der Scheiß-Spawn? Was sollt ihr denn? Ja! Kannst los, Kass. Komm her, komm her! Kommdi zなんか... Ich geh zurück Richtung Base! Trolololololololololololololololololol... Kannst du mehr nicht sagen... ...neine Okay, 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 okay. Ich werde dir die Tür aufgelassen. Das ist natürlich sinnvoll. Die Tür hier zu machen und dann die Tür zu zu machen. Ich habe eine Witch gehört. Das ist meiner. Gib den her! Kann ich nicht hauen. Gib mir den Worktable jetzt. Was machen wir jetzt? Du fängst selber rein, du Idiot. Oh, Fabi ist da. Wir müssen das Clevere machen. So. Haben wir keine Knochen? Oh, ist die sogar drüber gelaufen? You got pranked. Man kann ihn leider nicht hauen. Ja, ich hasse es. Was habt ihr gemacht? Das sind Idioten. Was habt ihr gemacht? Das sind Idioten. Erzähl es mir. Das sind Idioten. Dann können wir die auch pranken. Ich verrate auch nicht, wer heißt, dass ihr Idioten seid. Und das ist kein Geheimnis mehr. Wieso, wie? Ich habe was gemacht. Wo ist Ria? Verbrenner, ich halte. Nein. Hat von euch jemand was zu futtern? Ja, komm her. Ich komme einfach nicht wieder so. Ich habe noch Hammelfleisch. Komm zu mir, dann gebe ich dir was. Komm zu mir. Komm zu mir. Haben wir nie benutzt, brother. Haben wir nie benutzt. Was ist das denn? Achten wir ohne. Essen, hier, da, bitteschön. Dankeschön. Bitte, hast du zufällig Erde? Äh, hatte ich. Cool. Firsty aus der Kiste. Das wäre fantastisch, ne? Mr. Pampastek. Mr. Pampastek. Mr. Pampastek. Das sind ja Pumpkins. Kann man die essen? Kann da jemand nicht Kürbis und Millionen auseinanderhalten? Ich habe die Diamonds. Ich habe es zwar tausendmal gesagt. Kürbisse, aber Weather die ganze Zeit. Melonen, ja, Melonen, Melonen. Oder kommen da jetzt Kürbisse her oder bleibt das Sugar? Ich habe ein Sugar noch, aber ich habe auch jetzt Kürbisse. Drei Stück, die kann ich dann dahinter bauen. Ah ja, stimmt. Zuckerrohr hatte ich auch noch. Das hat dann auch irgendjemand mal benutzt. Brauchst du hier auch Erde? Ja, zumindest bei den letzten drei Jahren ist es richtig. Ja, hier scheint irgendwie ungewöhnlich wenig Erde im Boden zu sein. Äh, ich habe, ähm, bei der Baumfarm ist noch ein Stück vom, einem Erdevorkommen. Ich habe da ein ziemlich großes Erdevorkommen angekürtelt. Barbie, hast du nichts zu tun? Kannst du mir Lava besorgen? Lava? Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber du kannst auch hoch mal die Erdoberfläche gehen. Ist ne super Idee. Man könnte in die Schlucht drauf für Lava. Stimmt. Warum wachsen die Bäume nicht? Ist so viel zu wenig Platz, oder? Äh, ne. Lass mich kurz gucken. Kann sein, dass sie in der Breite nochmal... Ja, auf jeden Fall in der Breite. In der Breite. In der Breite? Ja. Und wegen dem Fackeln, ne? Ja. Okay. On my way. Mein Mist... Mein Spieler. Ähm, wir können auch übrigens Warnsysteme einbauen. Inwiefern Warnsysteme? Ähm, ne, die zeigen dann mit Wasser an. Also dann platzieren wir einfach ein Stück Stein. Und ab ner gewissen, äh, wenn der Stein zerstört wird, fließt Wasser rund. Ich hör hier irgendwas fließen. Oh, ich hab Lava gefunden. Und Obsidian! Ich höre schon Explosion, also so. Lava und Obsidian. Wir können auch ganz einfach was machen. Wir buddeln jetzt in weite Gänge und halten uns nur noch da auf. Dann passiert in unserem Lager gar nichts. Piaaas. 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 Wer hat meine Dias genommen? Äh, ihr wolltet Lava, ich hab' Lava. Ja, okay, ich komm dann kurz zu dir. Du musst meinen Gang entlang gehen und am Ende dann nach links. Und dann, ja. Okay. Komm, Mister Lava Lava. Guck ich jetzt hier außen rum. Weil ich will das Obsidian haben. Steine hochlaufen, irritiert mich. Können wir übrigens mal die Betten machen? Ja, du fährst noch ein Wolle. Also ich seh dich Ria, bist du grad bei der Lava? Ne, ich hab keine Wolle. Ja, bin ich, bin ich, bin ich. Ich glaub nicht. Ja, Schlucht, da gab's Spinnen. Weih. Geh hoch, ich schlucht da gab's Spinnen. Ja, wir haben Spinnenleben, ne? Achso. Guck in die große Chest. Ja. Schauen wir nicht mal ein Eisen. Ja, das hab ich gar nicht vermisst, das... Obsidian so lange braucht. Wo stellen wir das hin? Hier in die Ecke. Ja, hier, genau, hier, ja. Hallo Ria. Hallo Ria. Hallo Ria. You can only sleep at night. Direkt zu deinem Gang. Hey, you can only sleep at night. Also noch ein schönes Bild mit dir nebenher aufhängen, weil das ist ja ein bisschen doof so, ne? Ich hab keine Wolle mehr dafür. Weiß, wie wär's mit dem Itemrahmen? Brauch's auch Wolle für. Ach, hier ist ne eine Grabe, warte, wie viel braucht man dafür? Keine Ahnung. Ich glaub eine, ne? Wofür? Mit dem Bilderrahmen. Der wollte ja gemütlich schlafen. Bilderrahmen doch mit Leder. Leder? Ach du Scheiße. Von welcher Kuh? Leder. Leder. Leder, wir brauchen auch. Ja, genau. Ist doch kacke. Ja. Baum-Pam ist erweitert. Boah, muss das sein? Ja, das muss sein. Du bist doch Schweine ey. Warn mich vor, dann kann ich mein Donen muten. Okay, ich rüpf's nächstes Mal vorher und als Warnung damit liegt, dass ich rüpfle danach. Ist das okay? Nein, du rüpfst gar nicht. Das ist keine Option. Dann müde dich. Carsten, was baust du dich schönes?